Dieser Film beschäftigt sich mit Gemischen von festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen. Die Stoffe, mit denen wir es in der Chemie zu tun haben, kommen in der Natur selten, eigentlich nie im Reinen Zustand vor. Selbst Substanzen, die wir als rein ansehen, enthalten Beimischungen anderer Stoffe. Speisesalz, also Natriumchlorid zum Beispiel, enthält geringe Mengen anderer Stoffe wie Kalium, Magnesium oder Jod. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den W Chopin, die Sie des Donnerstres charworkers und der Das순y Wak flex war unsermen. Die história der Flammer des인지고flösen, die es in der Rodrigue Stoffe ist Und das ist die hurry. Untertitelung des ZDF, 2020